Willkommen im zweiten Video des Themas Typografie und wir wollen uns jetzt damit beschäftigen, welche Schriftart wir eigentlich auswählen. Schriftarten werden häufig Fonts genannt, also im Englischen werden sie Fonts genannt und der Begriff ist auch im Deutschen durchaus verbreitet. Und häufig spricht man auch davon, welche Schrift man eigentlich auswählt. Also man sagt häufig Schrift, obwohl man eigentlich eine Schriftart meint. Und sieht mir das also bitte nach, wenn ich jetzt im Folgenden sage, wir haben jetzt diese Schrift gewählt. Eigentlich meine ich die Schriftart. Font heißt das übrigens deswegen, weil das bezeichnet eigentlich die Schublade, also die Schublade des Druckers. Wenn ein Drucker, der früher Texte gesetzt hat und diese vielen kleinen Lettern in so Zeilen hineingeschoben hat, der hatte natürlich mehrere Schriftarten zur Verfügung und die hatte er in so einem großen Schrank mit mehreren Schubladen, wo die jeweils drin waren und das ist eigentlich das, was Font bezeichnet. Also man sagt eigentlich eine Schublade. Das Wort Schriftart, das Deutsche ist da erheblich, naja, sagen wir mal nüchterner. Was selten ist. Im Druck gibt es ganz viele ganz komische Worte. Also das werdet ihr auch gleich noch merken. Da haben sich viele eigenartige Begrifflichkeiten eingeschlichen. Die muss man teilweise wissen, teilweise auch nicht. Und häufig ist es mittlerweile so, dass der, gerade im Computerbereich, die englische Bezeichnung geläufiger ist als die deutsche Bezeichnung. Was auch durch das Desktop-Publishing vor allen Dingen natürlich gekommen ist. Ja, wenn wir über Schriftartenauswahl sprechen, dann können wir uns mal erst mal fragen, worüber sprechen wir vielleicht nicht. Also gibt es Schriftarten, die wir von vornherein ausschließen wollen? Und die gibt es tatsächlich. Und zwar sind das zum einen mal reine Symbolschriftarten. Wingdings ist da so die ganz klassische Schriftart. Das ist also eine Schriftart, wo die Buchstaben gar keine Buchstaben sind, sondern eher Icons sind oder überhaupt kleine Bildchen halt. Das sind Schriftarten, die man eigentlich mehr oder weniger als Trick benutzt. Es gibt heute auch die Technik dahingehend, dass man sagt, ich habe einen ganzen Iconsatz. Und dann kann ich mir den Iconsatz in eine Schriftart hinein generieren lassen. Und diese Schriftart liefere ich mit aus, mit einer Website oder mit meinem Programm. Und dann kann ich die Icons anstatt hinmalen, anstatt eine Grafik dahin zu laden, kann ich sie hinschreiben. Was den Vorteil hat, dass das Rendering in der Regel gut funktioniert, dass die in der Auflösung, in jeder Auflösung gut gerendert werden. Das ist aber mehr so Trick 17 der Softwaretechnik, als dass es sie hier wirklich um Schrift handeln würde. Man schreibt ja nicht mit diesen Zeichen in dem Sinne, wie man bei Text schreibt. Das heißt, die sind für uns nicht interessant. Darum geht es nicht um diesen Trick. Schreibschriften, wie sie hier dargestellt wird, also etwas, was eine handgeschriebene Schrift nachbildet, ist auch nicht unser Interesse. Das ist etwas, das kann man vielleicht mal auf einer Einladungskarte benutzen oder eine Menükarte oder irgendwie sowas. Aber für Bildschirmarbeit und vor allen Dingen für User Interfaces ist das keine Option, mit solchen Schriftarten zu arbeiten. Frakturschriften sind ebenfalls für uns nicht interessant. Beispiel seht ihr da auf der rechten Seite, die Glocke. Das ist die Zeitung aus meiner Heimatregion. Ich komme aus Reda-Wiedenbrück und da steht da, die hat also die Glocke in so einer alten deutschen Schrift. Das nennt man eine Frakturschrift, eine gebrochene Schrift. Das ist auch für uns nicht interessant. Da kann man vielleicht so einen Zeitungstitel mal mitmachen oder das Hinweisschild zum Restaurant zum rörenden Hirschen oder sowas. Aber im User Interface hat so eine Schrift natürlich nichts verloren. Und das gleiche gilt für andere Zierschriften aller Art, wie diese hier unten, also so eine kreideartige Schrift oder das andere, weiß ich gar nicht, was das genau darstellen soll. Oder eine Schrift, bei der die Schrift aussieht wie die Saloon, wie die Saloon-Beschriftung oder so eine Star-Trek-Schrift. Und da gibt es ja alle möglichen Zierschriften. Diese Sachen, diese Schriften, die kann man natürlich verwenden, wenn man etwas Bestimmtes ausdrücken will. In Spielen zum Beispiel oder in Druckerzeugnissen. Aber bitte doch keine ganzen Texte darin setzen und schon gar nicht im User Interface am Bildschirm. Das ist überhaupt nicht sinnvoll. Also diese Schriften, die schließen wir alle mal von vornherein aus. Ja, was gibt es dann noch für Schriftarten, für große Schriftartenfamilien? Ja, welche es gibt, das kommt darauf an, wo man guckt und wen man fragt. Es gibt zum Beispiel eine DIN-Norm, es gibt ja für alles DIN-Normen. Die DIN-Norm, die hat gleich etliche verschiedene Schriftartenfamilien, die unterschieden werden. Und wenn man in Bücher guckt, dann findet man auch in Büchern viele, viele Familien, die unterschieden werden können von Schriftarten. Wir wollen das hier relativ klein halten und unterscheiden im Großen und Ganzen drei Schriftartenfamilien. Eigentlich sind es zwei Schriftartenfamilien und eine Sonderklasse. Und dann werfen wir mal einen ganz kleinen Blick auf, naja, noch andere Möglichkeiten, die es gibt. Dies ist eine Schriftartenfamilien-Definition nach Wilberg, nach Hans-Peter Wilberg, der ein Buch Wegweiser Schrift geschrieben hat. Steht unten, Wegweiser Schrift, erste Hilfe für den Umgang mit Schriften, was passt, was wirkt, was stört. Das Buch ist ganz schön, denn es ist für Anfänger gut verständlich und es versucht ein bisschen mit dieser ganz großen Zahl an Schriftartenfamilien schon aufzuräumen. Wir reduzieren aber tatsächlich noch ein bisschen weiter. Schauen wir mal, was der Herr Wilberg da hat oder was wir jetzt uns so als große Schriftartenfamilien angucken. Wir unterscheiden einmal die Serifenschriften, im Deutschen werden die Antiqua-Schriften genannt, von Serifenlosen-Schriften, Sans-Serif-Schriften, die werden im Deutschen Grotesk-Schriften genannt. Schauen wir mal, was es damit auf sich hat. Was sind Serifenschriften? Serifenschriften haben Serifen. Aha, na gut, was soll denn das heißen? Serifen sind das, was ihr an dem T dort seht. Diese, sagen wir mal, man könnte Verzierungen dazu sagen. Einmal oben am T, an dem Querbalken, da hängen zwei Serifen herunter, die, sagen wir mal, das vor allem an den Rändern sehr viel breiter machen. Und unten am Buchstaben scheint der Buchstabe quasi auf einem Fuß zu stehen. Diese zusätzlichen Elemente, die nennt man Serifen. Und Serifenschriften zeichnen sich üblicherweise auch dadurch aus, dass sie verschiedene Strichstärken haben. Das sieht man auch hier an dem T sehr gut. Der Längsbalken, also der Ständer des T, wenn man mal so sagen möchte, der hat einen sehr breiten Strich, während der Querbalken sehr viel schmaler gezeichnet ist. Das ist nachempfunden dem Schreiben mit Federn. Also wenn man so eine Schreibfeder hat und hat dann eine sehr breite Schreibfeder, dann hat man diesen Effekt auch, dass wenn man die in der einen Richtung zieht, man die Breite der Feder komplett über das Papier zieht, während wenn man die so zieht, man eher die schmale Seite zieht und deswegen so schmale Striche entstehen. Das sind Serifenschriften. Wir verwenden den Begriff Serifenschriften hier. Serifenlose Schriften, Sans-Serif-Schriften, ich würde persönlich eher im Deutschen Serifenlose Schriften sagen, anstatt dieses Sans-Serif zu benutzen, werden im Deutschen Grotesk-Schriften genannt, im deutschen Schrift- und Druckumfeld. Und die heißen deswegen Grotesk-Schriften, weil man das als grotesk empfunden hat, als die eingeführt wurden. Das ist also so ein unterschwelliger Kommentar, oder so unterschwellig ist er gar nicht, eigentlich ein Kommentar zu der Schriftart. Das sind heute im Bildschirmbereich die dominierenden Schriftarten. Die haben keine Serifen und haben auch keine verschiedenen Schriftstärken oder zumindest nicht so stark unterschiedliche Schriftstärken. Ihr könnt euch das hier relativ gut mal klar machen. Also ihr seht diese Schriftart hier, die hier geschrieben ist, und die hat tatsächlich keine Serifen, die hat nicht diese Anhänge, aber unterschiedliche Schriftstärken gibt es schon. Und zwar seht ihr das schön bei dem E, in dem Wort Grotesk oder Serif, da ist der, sagen wir mal, der Querbalken unten am E doch ein ganzes Stück dünner als der Rest des Buchstaben. Aber es ist nicht mehr so dieser starke Unterschied, wie wir das bei den Antiqua-Schriftarten noch gesehen haben. Wenn wir uns da das E zum Beispiel mal angucken, da sehen wir viel stärker unterschiedliche Dicken in dem Linienzug. Diese beiden Schriftfamilien, die sollte man kennen und unterscheiden können, denn es hängt einiges davon ab, welche man eigentlich von diesen beiden verwenden will. Und meistens braucht man halt eine von diesen beiden. Wir führen dazu noch eine Sonderklasse ein, die in der Informatik und damit auch generell in der Computernutzung eine gewisse Wichtigkeit hat, nämlich die sogenannten Monospace-Schriften, im Deutschen Dicten gleiche Schriften genannt. Was bedeutet das? Das sind Schriftarten, bei denen jeder Buchstabe die gleiche Buchstabenbreite hat. Wo braucht man sowas? Zum Beispiel in der Programmierung wird das verwendet, denn dann kann man mit einzelnen Zeichen Eindrückungen oder untereinander Schreiben machen, weil man ja im Prinzip dann ein Gitter hat am Bildschirm. Deswegen werden da diese Monospace-Schriften gerne verwendet. Klassischerweise kennt man die von alten Schreibmaschinen oder von auch den alten Fernschreibern natürlich. Aber Schreibmaschine ist vielleicht das, was allgemein verfügbarer war. Da gab es diese Diktengleichen-Schriften natürlicherweise, denn jede Type an der Schreibmaschine war natürlich gleich breit und der Wagenvorlauf, also von einem Buchstaben zum nächsten Buchstaben, war auch immer gleich. Das heißt, man musste immer gleiche Abstände haben. Was hat das für Folgen? Guckt euch die Schriftart hier vielleicht mal an und dann seht ihr, dass man ein bisschen tricksen musste, um es hinzubekommen, diese Schriftart so diktengleich hinzukriegen. Es handelt sich im Großen und Ganzen um eine relativ serifenlose Schrift. Also an dem M zum Beispiel sieht man keine Serifen. Auch an anderen Buchstaben sieht man keine Serifen, aber an einigen dann eben doch. Nämlich zum Beispiel an dem kleinen N oder kurioserweise auch an dem kleinen C, was, glaube ich, nicht notwendig wäre, aber vor allen Dingen am kleinen I, guckt man in das Wort Dikten gleich, bleibt das I. Was hat man hier gemacht? Man hat sich damit beholfen, dass man bei den Buchstaben, die eigentlich schmal wären, starke Serifen eingebaut hat, große Serifen, umfangreiche Serifen, sodass die auf die Breite kommen und andere Buchstaben, die eigentlich sehr breit wären, hat man ein bisschen gestaucht. Das sieht man bei dem Buchstaben M in Monospace. Das M ist zusammengestaucht worden. In normalen Schriftarten oder anderen Schriftarten wäre das M etwas breiter. Mit diesem Trick hat man es hinbekommen, Schriftarten zu erzeugen, wo jeder Buchstabe die gleiche Breite hat, die aber trotzdem noch ziemlich gut lesbar sind. Was wäre das Problem gewesen, wenn man zum Beispiel bei dem I das nicht gemacht hätte und hätte einfach nur ein I mit einem Punkt gemacht? Na, wo in diesen großen, breiten Buchstaben hätte man das untergebracht? In diesem breiten Feld. Hätte man das ganz nach links geschrieben, dann würde zum nächsten Buchstaben ein zu breiter Abstand entstehen. Hätte man das ganz nach rechts geschrieben, zum vorherigen Buchstaben, schreibt man es in der Mitte, entsteht eigentlich in beide Richtungen zu viel Platz, sodass das Lücken im Text entstehen. Und darüber wäre man gestolpert, wenn man liest. Dann hätte diese Hypothesenbildung nicht mehr richtig funktioniert, weil man das eventuell sogar als zwei Wörter oder sonst wie interpretiert hätte. Ich habe gesagt, der Herr Wilsberg, Wilberg heißt er ja, hat auch noch ein paar weitere Zwischenklassen definiert. Die möchte ich einmal nur ganz kurz ansprechen. Wir sind eigentlich für uns nicht so wahnsinnig wichtig, aber vielleicht der Vollständigkeit halber. Er spricht noch von Antiquavarianten, die verschiedene Strichstärken haben, aber keine Serifen. Solche Schriften gibt es tatsächlich. Und es gibt die sogenannten Egyptien-Schriften, die haben Serifen, aber gleiche Strichstärken. Warum heißen die Egyptien? Weil die erste Schriftart, die diese Eigenschaft hatte, Egyptien hieß. Das hat also mit Ägypten gar nichts zu tun, zumindest nicht wirklich direkt. Also das hat nichts mit Hieroglyphen zu tun oder dass in Ägypten solche Schriftarten besonders beliebt wären, sondern die erste Schriftart hatte halt diesen Namen. Diese Schriftarten können uns unterkommen. Ich würde dann aber auch einfach der Einfachheit halber bei uns sagen, wir reden weiterhin über Serifen und Serifenlose-Schriften, denn auch die kann ich ja da mit einsortieren. Und die Strichstärken, dieser Aspekt, der geht häufig damit einher, aber ist für uns nicht so das Wichtigste. Ja, die Schriftart. Welche Schriftart soll es denn sein? Machen wir mal eine historische Betrachtung. Wie ist es am Bildschirm gewesen mit Schriftarten? Schriftarten an reinen Textsystemen, das funktioniert relativ einfach, denn da ist es üblicherweise so geregelt, dass das Terminal oder bei moderneren Systemen die Grafikkarte die Schriftart im ROM gespeichert hat, also für jeden Buchstaben ein kleines Bitmap gespeichert. Und wenn das dann zur Anzeige gebracht werden soll, dann wird halt entsprechend etwas generiert, was dieses Bitmap an der entsprechenden Stelle anzeigt. Und das ist sehr simpel und da braucht man sich eigentlich über Schriftarten kaum Gedanken machen, denn man hatte auch kaum Möglichkeiten. Wobei es dann tatsächlich so ist, dass spätere Grafikkarten, also VGA-Grafikkarten zum Beispiel, die es ja auch schon seit den 80er Jahren gibt, die Möglichkeit haben, dass man Schriftarten dort hineinlädt. Das heißt, man konnte die Schriftart zum Beispiel auch auf einer Shell-Ebene verändern, wenn man eine neue Schriftart in die Grafikkarte hineinlädt. Allerdings alles in dem relativ schmalen Bereich der diktengleichen Schriftarten, denn das war auch am Textbildschirm so vorgegeben. Ja, als dann die ersten grafischen Computersysteme aufkamen, so wie hier zum Beispiel der Atari ST, da musste man ein bisschen anders vorgehen, aber eigentlich ist man doch ähnlich vorgegangen. Das heißt, man hat eine Schriftart so definiert und so abgelegt, dass man Bitmap-Fonts angelegt hat, auch Raster-Schriftarten genannt. Bitmap ist ja ein Pixel-Raster, so könnte man das ja sagen. Und da wurde die Schrift Pixel für Pixel drin abgespeichert. Das garantierte, dass man, wenn man das gut gemacht hat, wenn man gute Schriftarten gebaut hat, wovon ich jetzt mal einfach ausgehe, dass man eine gute Lesbarkeit garantieren konnte auf relativ gering auflösenden Bildschirmen. Also es mögen zwar vielleicht für die damalige Zeit hochauflösende Bildschirme gewesen sein, aber sagen wir mal, aus heutiger Sicht sind sie das ja nicht. Der Atari ST zum Beispiel, den ihr hier seht, hat eine Auflösung von 640 mal 400 Bildpunkten. Und ja, dann seht ihr auch, dass die Schrift relativ grob ist. Aber gut lesbar ist sie wohl. Man hat es also hingekriegt, dadurch, dass man Pixel für Pixel gestaltete, Schriftarten zu bauen, die gut lesbar waren. Die hier beim Atari ST waren einigermaßen grob und auch diktengleiche Schriften. Ihr seht hier jetzt jede Buchstabe gleich breit. Beim Macintosh hat man das anders gemacht. Da hatte man auch Schriften, die verschiedene Buchstabenbreiten haben. Das sieht man auf der rechten Seite. Da sieht man zum Beispiel den Satz, der bei einem Macintosh mitgeliefert wurde an Schriften. Durch das Desktop Publishing, also dass man am Computer Druckerzeugnisse erzeugt, kamen die sogenannten Outline-Fonts in die Computerwelt. Outline-Fonts beschreiben nicht Pixel für Pixel am Bildschirm, wie die Schrift aussieht, sondern sie beschreiben das in mathematischer Art und Weise. Sie beschreiben also eine mathematische Figur der äußeren Linie um den Buchstaben herum. Deswegen heißen die Outline-Fonts. Welche Vor- und Nachteile haben diese zwei Techniken? Wenn ich ein Outline-Font habe, dann habe ich im Druck- und Bildschirmdarstellung die gleiche Schriftart. Das war bei den Pixel-Schriftarten, bei den Bitmap-Schriftarten nicht der Fall. Beziehungsweise es konnte schon so sein, aber dann hätte das bedeutet, dass ich im Druck eine sehr niedrige Auflösung habe für den Druck. Denn am Bildschirm hatte ich ja diese niedrige Auflösung, die ihr gerade gesehen habt, aber Drucker konnten auch zur damaligen Zeit schon erheblich besser auflösen. Nicht alle Drucker, es waren Nadel-Drucker, neun Nadel-Drucker zum Beispiel, im Umlauf, da ging das vielleicht gar nicht. Aber wenn ich einen Laserdrucker hatte oder wollte etwas wirklich drucken lassen, ja, da wäre diese Auflösung, diese Bildschirmauflösung unerträglich gewesen. Das hätte man nicht gewollt. Der Vorteil von Outline-Fonts ist auch, dass ich sie beliebig skalieren kann. Das heißt, ich kann sie vor allen Dingen beliebig groß machen. Wenn ihr euch dieses Bild nochmal einmal anschaut und guckt da auf der rechten Seite, dann seht ihr, dass es teilweise die gleiche Schriftart in verschiedenen Größen verfügbar gab. Also zum Beispiel Chicago 12 Punkt und Chicago 24 Punkt waren beide verfügbar, wobei das kein so schönes Beispiel ist, weil die Chicago 24 Punkt so vergrößert aussieht. Die hat so starke Treppeneffekte. Aber guckt euch mal die Schriftart Los Angeles 12 Punkt und Los Angeles 24 Punkt zum Beispiel an? Die wurden beide unabhängig voneinander so gestaltet. Das heißt, wenn ich die Schriftart Los Angeles 12 Punkt in 24 Punkt darstellt, das ging auch, aber dann sah sie sehr grob aus, denn dann wurden die Pixel vergrößert. Und das ist natürlich ein Problem. Und vor allen Dingen ist es dann ein Problem, wenn ich irgendwelche Zwischengrößen nehme. Also von 12 Punkt auf 24 Punkt, genau doppelt so groß, das mag ja noch gut gehen. Aber wenn ich zum Beispiel Los Angeles in 16 Punkt hätte versucht darzustellen, dann hätte ich eine ziemlich mistige, eine hässliche Darstellung bekommen. Das ist ein großer Nachteil dieser Schriftarten gewesen. Dadurch, dass ich Outline-Fonds habe, die kann ich natürlich beliebig skalieren, auch beliebig groß und beliebig klein darstellen. Wobei bei beliebig klein haben wir gleich ein paar Probleme. Das Schöne bei Outline-Fonds ist auch, dass algorithmische Manipulationen möglich sind. Das heißt, ich konnte diese Schriftarten zum Beispiel automatisch schräg stellen lassen. Wobei das geht auch bei den Pixel-Fond-Arten einigermaßen. Aber auch andere Möglichkeiten konnte ich machen. Ich konnte sie als Outline darstellen. Ich konnte sie fetter machen. Ich konnte sie dünner machen. All das kann man automatisiert algorithmisch machen. Das ist nicht unbedingt immer sinnvoll. Häufig ist eine algorithmische Veränderung einer Schriftart hässlich bis unleserlich. Gute Schriftarten liefern tatsächlich auch heute noch die fette Variante und die kursive Variante mit. Oder auch schmalere und breitere Varianten. Die werden mitgeliefert. Und da wird darauf geachtet, dass die einzelnen Buchstaben dann auch immer lesbar bleiben. Und das ist nicht einfach nur eine algorithmische Sache an dieser Stelle. Aber möglich ist es. Denkt vielleicht auch mal an Word Arts, was ja mal eine Zeit lang sehr beliebt war, dass man Schriften so bog und solche Sachen. Ob das jetzt ratsam ist, sei mal dahingestellt. Aber möglich ist es zumindest mit diesen Outline-Schriften. Der Nachteil ist natürlich, man muss das berechnen. Das heißt, wir brauchen einen Computer, der immerhin schnell genug ist, diese Dinge auch auszurechnen. Das hat man am Anfang des Computerzeitalters, also der grafischen Nutzungsschnittstellen, so nicht gehabt. Und wenn man dann Outline-Schriftarten hatte in Desktop-Publishing-Systemen, dann hat es an den früheren Geräten auch manchmal relativ lange gedauert, bis so ein Text tatsächlich richtig gerendert wurde. Die Bitmap-Schriftarten, da habe ich das Problem natürlich überhaupt nicht. Da brauche ich ja nur, die Bits einzeln auf den Bildschirm zu malen. Oder ich kann es sogar machen, je nachdem, wie die Architektur des Systems ist, dass ich das Bitmuster einfach in den Speicher kopiere an eine bestimmte Stelle. Und dann habe ich da den Buchstaben schon dargestellt. Ja, und der Nachteil ist von Outline-Fonds, dass die in gerade kleinen Darstellungen schnell unlesbar sind. Der Vorteil der Bitmap-Fond war ja, dass derjenige, der den Fond gestaltet hat, für diese kleine Darstellungsvariante Sorge getragen hat, dass es gut lesbar ist, dass zum Beispiel ein Querstrich von einem E auch tatsächlich dargestellt wird. Wenn ich das jedoch, naja, ausrechne, dann kann es sein, dass dieser Querstrich von dem E so schmal wird, dass der gar kein Pixel mehr füllt. Und zum damaligen Zeitpunkt hatte man ja häufig nur schwarz-weiß, also tatsächlich schwarz und weiß, also ein Bit-Grafik. Und in diesen Zusammenhängen, naja, da konnte es passieren, dass dann mal so ein Querbalken fehlte. Und das ist natürlich bedauerlich und das sollte nicht passieren. Ja, das als Einstieg da rein, welche Schriftartenfamilien es gibt und welche Techniken zu Schriftartendarstellung, so ein bisschen eine historische Betrachtung an dieser Stelle, das soll es für dieses Video gewesen sein. Und im nächsten Video kümmern wir uns um Anforderungen an die Schriftartenwahl. Dann natürlich im modernen Sinne mit Outline-Schriftarten, die wir auch heute so benutzen und kennen. Bis zum nächsten Mal.